Die Mädchen lasen eine spannende Geschichte. Sie lassen auch den Jungen mitmachen. In diesem kurzen Text kommen zwei Wörter vor, die fast identisch sind. Wieso wird lasen mit einem S geschrieben und lassen mit zwei S? Woran du einen Doppelkonsonanten am Wortstammende erkennst, zeige ich dir jetzt. Hier sind drei Beispielwörter. Schwimmen, Rennen und Essen Was meinst du, wie schreibt man sie richtig? Mit einem oder zwei Konsonanten. Die Auflösung? Alle drei haben Doppelkonsonanten. Um das zu erkennen, musst du auf den Vokal davor achten. Spricht man den kurz aus, dann folgen darauf Doppelkonsonanten. Schwimmen, Rennen, Essen Du schreibst hier zwar zwei Konsonanten, sprichst aber trotzdem nur einen. Also nicht etwa Schwimmen, sondern eben Schwimmen. Nochmal drei Beispiele. Raten, Krone, Lesen Du kannst es dir bestimmt schon denken. Diesmal werden sie mit nur einem Konsonanten geschrieben. Warum? Hör nochmal genau hin. Raten, Krone, Lesen Der Vokal davor wird lang gesprochen. Darum verwendest du nur einen Konsonanten. Für Verben gilt, dass die gleiche Schreibung für alle Personen verwendet wird. Das heißt, wenn in einer Form ein Doppelkonsonant vorkommt, wie zum Beispiel bei Ich esse, dann bleibt der Doppelkonsonant in den anderen Personen enthalten. Es heißt also Du isst, er, sie, es ist, wir essen, ihr esst, sie essen. Bei allen Formen findest du den Doppelkonsonanten. Noch ein Beispiel Schwimmkurs Das ist ein zusammengesetztes Nomen. In so einem Fall kannst du das Wort zerlegen, um besser zu erkennen, ob ein oder zwei Konsonanten gebraucht werden. Schwimmen und Kurs Bei der Aussprache von Schwimmen erkennst du, dass es mit doppeltem M geschrieben wird. Folglich wird auch Schwimmkurs mit zwei M geschrieben. Wenn du dir beim Wortende eines Wortes nicht sicher bist, kannst du es verlängern. Dadurch hörst du besser, ob ein einzelner Konsonant oder ein Doppelkonsonant geschrieben werden muss. Zum Beispiel bei dem Wort Gewann aus dem Satz Sie gewann einen Pokal. Hier kannst du verlängern, indem du die Wir-Form Wir gewannen bildest. Daran kannst du dann erkennen, dass ein Doppelkonsonant geschrieben wird. Wenn du dir also mal nicht sicher bist, ob ein Wort mit einem oder zwei Konsonanten geschrieben wird, dann überprüfe den Vokal, der davor steht. Langer Vokal bedeutet ein Konsonant. Kurzer Vokal bedeutet Doppelkonsonant. 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 Vielen Dank.